Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft ja, Feed the Beast Light und zwar ein anderer Bildschirm hier weil, ähm, es ist eigentlich schade denn wenn ich hier auf Multiplayer gehe und auf dem Server, da sind gerade zwei drauf drücke ich drauf und was passiert? Schade, aber das kann ich jetzt nicht ändern das heißt es werden jetzt keine Feed the Beast Light Videos mehr kommen sondern vielleicht sowas wie es schon kam mit Minecraft BevoTashpack, also Bevocraft oder auch vielleicht noch andere Projekte das muss ich mal sehen, aber erstmal Bevocraft noch weiter ja, das ist also das Ende ich weiß nicht, ob das sich nochmal ändert oder so aber zur Zeit sieht es so aus wenn sich noch was ändert, werde ich noch ein Video dazu machen und ist eigentlich schade, aber wie gesagt nichts ändern ich wollte euch nur einmal nochmal informieren damit ihr wisst, warum keine Videos mehr kommen also von Feed the Beast ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video kleines Update Video und dann tschüss, bis zum nächsten Mal